Ah! Mich schneift einer, was?! Hey, Guinness! Was geht denn bei euch, ob Junge? Wildfire Mission hier, Dummdödel-Challenge. Wenn ich verkackt, muss ich das nächste Mal meine Maus-DP... Meine Maus-Geschwindigkeit, die DPI, auf 100 Trilliarden stellen. Ich werd' gucken, dass ich mit Premade spiele, die mich dann auch ordentlich auslachen können, ja? Aber nur, wenn ich verliere. Wundert euch nicht, falls ich... Ja, natürlich! Irgendwie ein bisschen laut werde. Verkackt. Wollen wir mal schauen, wie der Asel läuft. Schon mal ne scheiß Map. Hey, die zählt doch grad nicht... Das ist doch grad nicht die Map, die ich bei Dingen brauch, oder? Nee, Lake brauch ich... So was könnte ich ja wirklich lieben. Weißt du, ich muss hier so ne scheiß Lake Mission spielen. Ich komm' auf den Server und es ist einfach irgendeine andere Map drauf, man. So, die Map stimmt schon mal, nicht wahr? Also, los geht's. Sogar noch pünktlich reingekommen. Kabang! Achso, ich muss ja jetzt mit nem kleinen, äh, Ding spielen. Handicap, ne? Komm, ich lass den ersten drei, äh, Dinger aufsteigen. Drei, äh, Stufen. So lang warte ich. Ich hab meine letzte Runde direkt gewonnen. Von daher kann man das ja so, äh, nicht lassen, ja. Komm schon. Hopp, du Dödel, mach deinen dritten Kill. So, nochmal schön zehn Sekunden draufgekloppt. Verstehst du? Ja! Juhu! Da haben wir den ersten. Juhu! So, erste Stufe erreicht. Ja, er dreht sich doch um wie so ein Pimmel! Lass doch jetzt halt bitte nen Profi ran, okay? Ja! Ja! Zu zweit sitzen sie da oben. Aha! Ich versteh schon, ja? Ich versteh schon, wie groß die Eier sind anscheinend. Nämlich gar nicht vorhanden. Und trotzdem gefickt, Mann. Trotz fort. Juhu! Mit meiner schwulen Leopardenwaffe. Ach ja, und dann wollte ich noch Rainbow Six aufnehmen. Und wisst ihr, was passiert? Mit den Aufnahmen übersteuere ich auf einmal einfach aus Spaß. Scheiße, Mann, ich verkacke grad. Fuck! Alter, ich bin letzter! Ich kann nur noch n Wunder helfen. Es ist so geil, es ist so geil. Diese Fuzen können mir einen lutschen. Alter, ich bin grad ein extrem anlackiges Pechkind hier. Ja, immerhin noch einen geholt. Mich schneift einer, was? Wow! Scheiß die Wand dann, ey. Krass, Mann. Fast hätte ich die Pump noch fertig gekriegt. So, ihr Säcke. Bam! Ah! Ah! Oh, jetzt läuft's aber grad. Oh! Shit! Krass, Mann! Wie ich direkt jetzt hochgekommen bin zu den ersten. Ich fass es nicht. Ja! Alter, mein übelster Skill. Ich bin erster. Ich fass es nicht, Mann. Ich war gar eben noch letzter. Ja! Alter, ich schaff das noch. Ich hol die Scheiße hier noch. Bam! Bam! Uhuhuhui! Oh fuck! Nein! 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 Come on! Ja! Knife! Knife time! Knife time! Meiner, 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 meiner! Ah! Ah! Alter! Diese verschissenen Pisser, Mann, haben gedacht, sie können sich mit mir anlegen, wäsch! Aber ne! Ich hab sie gepippelt. Geiler Scheiß, Mann! Okay, nächste Runde größeres Handicap. Ich hab keine Ahnung, was für eins. Vielleicht lass ich's einfach sechs Kills machen oder sowas. Sechs Runden im Vorsprung. Also sechs Punkte halt. Also ich hab sie unglaublich krass noch aufgeholt, oder? Hopp! Ich hab selbst nicht mehr dran geglaubt, dass ich das noch schaffe. Ich hab mich übelst aufgeregt. Aber ALTER! Für den Skill auf jeden Fall mal Daumen nach oben. Ah! So hoch, circa. So, aber so. Also vielen Dank! Bis zum nächsten Mal! Ciao!